Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Sache müsst ihr über unseren Freund Fenwick wissen Leute, ihr wisst schon, dass ich hier stehe, oder? Er ist der Bewahrer der gesamten Middle School-Weisheit Ein Blick in den Spind der Mitschüler ist wie ein Blick in deren Seele Er ist einfach so klug und knuddelig Er ist wie eine Kreuzung zwischen Albert Einstein und dem Osterhasen Was hat das wieder zu bedeuten? Umarme es, umarme die Freundschaft Okay, das müsst ihr über unseren Freund Crispo wissen Rock'n'Roll Spaghetti Er ist immer überall dabei Crispo ist weg Und er hat vor nichts Angst Hat jemand Angst vor Schlangen? Und die Mädchen mögen ihn Ja wirklich Er schaut super gut aus Seht euch diese Haare an Wow Danke Mann, du hast auch tolles Haar Ja, fass es nicht an, Fabio Was ist ein Fabio? Hört sich lecker an Hört sich lecker an